recht herzlich willkommen zur 201 folge ersten folge keine ahnung wie man sagt 201 folge von towns ja wir sind hier noch am sachschon dach ausbauen haben wir letztens noch ein paar scar falls irgendwie versucht zu setzen die dann jetzt wie man sieht schon schön zerfallen mal gucken ob nur es dann auch wieder noch funktionieren könnte wenn man den dann woanders aufbaut mauern holz scarfold so dahin da sind sogar zwei da ist noch einer die frage ob das geht ob das da gebaut wird das macht er geht das schon hin okay der bringt das dahin und ich würde jetzt mal sagen wir mal so und gucken die sind fertig die kann so sehr nicht mehr weg machen also wieder so aussieht na also destroy und destroy und der ist auch schon fertig destroy weg da geht das genauso und dahin ist auch einer der im bruch ist doch jetzt die frage naja das ist alles gut so dann wird der noch weiter gearbeitet hier überall der kam mir letztens so vor als ob der da an der falschen stelle wäre es aber gar nicht und ich glaube wir können jetzt mal hier da steht noch eine kerze du glaubst es nicht mal so machen die kerze muss woanders hin definitiv da ist auch noch einer in schlechten zustand jetzt die frage wo kommt die kerze hin rechts in die ecke vom zimmer also können wir da eine hinstellen dass die dann da mal weggetragen werden dann machen wir die dahin laufen dass die dann da auch hinkommt da kommen wir da oben war sogar eine so da ist auf jeden fall was gemacht und ich glaube wir haben irgendwann angriff oder sowas ok sind ein paar oder wenn man auch mit fertig werden denke ich mal dann das mal weiter laufen also jetzt können wir sehen wo die reinkommen aber die werden da rechts in die tür reingehen oder wir können jetzt aber mal gerade hier log wurden dauer machen und dann schauen wo sie dann glauben vielleicht schlagen sie auch die tür ein weiß ich nicht vielleicht gehen sie auch links rum zum tor mal warten wird dir gleich irgendwas passieren oder ok 34 gehen nach rechts weiter aber das ist noch nicht die marsch richtung oder ist noch kein befehl gewesen die rücken jetzt da lang da wird der erste angegriffen weil der kein weg woanders lang findet marsch gute nach da für die schleim auf jeden fall die wenigsten gehen nach rechts die meisten gehen nach links und zwar einen sehr komischen weg der erste läuft außen rum und die gehen durchs tor alle da wird auch schon kräftig gekämpft ok ich glaube wir haben gerade einen verlust gehabt bei unseren soldaten oder da kommen noch hilfe 48 ist das richtig dass wir eine 48 haben weiß ich gar nicht jetzt wird es ein bisschen schwieriger für die jungs da ich weiß nicht wie viele da sind ok 47 ein soldat dass man 11 dann wäre schön wenn der held dann mal mitarbeiten würde jetzt kommen da alle und ja super 46 und 11 ja alle geschlagen bis auf da ist jetzt natürlich naja so jetzt sind wir zu weit unten noch was frei hier nämlich wirklich da müssen wir da mal ein paar städte nennen machen ja das hat gut geklappt falsche taste gedrückt nicht die schiff dass der was steuerungstaste die ich da gerade gehalten habe so da haben wir dann ein paar reihen mehr gemacht obwohl hier können wir gerade auch noch ergänzend arbeiten so ja hier fehlen dann auch noch zwei dann zack haben wir die da auch so und hier unten können wir die tür erstmal wieder aufmachen dann brauchen die nur so lange wege gehen das gibt es dann auch wieder rein die laufen natürlich jetzt noch rum ob hier oben schon aufgeräumt ist ne noch nicht nur aufpassen dass keine geister entstehen dass da die beiden korps oder weggenommen werden oder wie sich das auch meine merzer korpus wer weiß ja auch nicht kopp copy keine ahnung was die mehrzahl von korpus ist da kommt da auch irgendeiner und holt das da mal weg und bringt das dann in keller näher die wachen gehen ja nur schlafen ja schade na okay woanders wird noch holz gefällt und wir gehen ins obergeschoss und gucken mal hier weil da ist schon nichts blaues mehr hier ist ja sehr interessant hier na da ist die eine stelle gemacht worden ist auch schon das toy und gehen wir dahin dorthin und dahin und setzen den mal dahin und überlegen dann hier den können wir auch weg machen überlegen dann mal wo wir hier noch welche hinsetzen müssen damit weiter gebaut wird ne dann machen wir das mal da eher so dann setzen wir den dahin weil da noch eine kerze hin muss äh ist gewesen ist die steht ja jetzt hier und dann machen wir da mal zu und hier geht es genauso gut da würde ich mal sagen können wir es dann auch so handhaben dass das zugebaut wird so und jetzt müssen wir gucken dass da überall gerüste sind zum bauen ja was machen wir hier mit geht so oder oder drin sind die scarfalls ja der würde von da aus auch bedient werden können ich weiß nicht wie weit das da geht aber so müsste es funktionieren und da auch und da geht auch was und da geht auch was und da geht auch was ja dann machen wir da mal so da so und gucken ob das fertig werden kann so ich weiß nicht wo sie langlaufen hinlaufen fertig machen da schon mal das schon mal cool und dann können wir da auch noch so einsetzen aber da kann ja runter naja kann er ich glaube hier können wir abreißen und da kann man definitiv destroyen den da auch wegkauen weil die zerfallen ja sowieso man ich weiß nicht ob es hier klappt mit dem oben bauen das ist eine gute frage ne ja ich glaube wir müssen da ein scarfold hinsetzen und dann da ist da einer hin und das muss da hin da wird komischerweise gerade keiner gebaut ich weiß nicht warum da müssen wir gucken was da wird sind aber auf jeden fall schon gut unterwegs sag ich mal ja das funktioniert alles hier da ist ein hahn da ist ja schon da müssen wir noch lassen damit dieser stein gesetzt werden kann können aber hier schon mal weiter bauen dann können die da auch weiter hoch ne ich denke mal den kann man anloggen und und stellen wir mal da hin ok da geht es nicht wo runter da müssen wir noch einen scarfold bauen ja ne die kommt nicht über die Tür rüber ne das ist das problem Tür ist aber das Stichwort was wir dann machen und da auch eins hin so Türen kommen ja da müsste dann auch eine Tür ne aber ich weiß nicht wie ich den raum da gestaltet lasse ich erstmal noch offen da sind schon welche angesagt und da sind auch genug da zurück zu den Holzwänden jetzt geht es interessanterweise auch zu bauen und da machen wir dann eine ganze Reihe hin so da muss noch einer in die Lücke da muss auch noch was hin da machen wir da noch einen hin da müsste ein scarfold ganz schnell mal hingemacht werden da müsste ein scarfold ganz schnell mal hingemacht werden ne Unlock also die hat schon Hunger das sieht man ja schön wenn was passiert so wie hier der scarfold schon kaputt ist genauso wie der da die brauchen wir dann auch nicht mehr da in dem raum ist eine kerze da können wir das so machen aber ich glaube da drunter muss ne da steht einer vielleicht klappt das dann muss man mal gucken wie weit das hier wird Unlock und Unlock und gucken wann es zu ist ich glaube hier können wir jetzt komplett einmal jetzt habe ich glaube das aus Versehen ausgeschaltet ne das funktioniert gerade nicht da ist wohl irgendwo noch eine Nische wo einer fehlt oder was ne das ist die Kerze die so leuchtet die das dann darstellt als ob da eine Nische wäre ist aber keine so ist es richtig da steht auch einer drauf das ist auch nicht gut 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 sehe ich nicht doch es passt ok jetzt kommen wieder Steine keiner baut den scarfold irgendwo hin unser größtes Problem Unlock da wird schon woanders hingebaut wunderbar dann kann er runter die Dame eben ist auch weg läuft soweit ja der ist dann hin destroyen wir den und sitzen dann mal schnell einen neuen hin und den können wir glaube ich anloggen weil dahin ist schon fertig vielleicht wird er dann auch mal gerade schnell umgesetzt wäre ja auch möglich und dann ist alles gut der kommt da und der wird dahin gebracht gut aber ich würde sagen wir machen hier erst eine Pause ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis ihm l groß gut bis das bis bis Vielen Dank.